ja nuklear und nuklear 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 hier killt mich zwei minuten 42 2 minuten 42 für die jungs ich kann nicht mehr oh mein gott leute das war der episch der anfang aller zeiten dabei ist die black ops 2 zeit mit meiner triple nuklear hat alles angefangen heute auf skyjacked unterwegs das gameplay wird richtig nice gönnt es euch auf jeden fall und wenn ihr wieder mehr von solchen live komplex haben wollen lasst auf jeden fall dem video jetzt schon mal einen daumen nach oben da und jetzt würde ich noch sagen viel spaß mit dem video was geht ab leute willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal heute mal wieder ein neues live komplex von mir heute ist skyjacked am start oder wie gesagt hijack wie auch immer auf jeden fall eine extrem legendäre map von damals ihr kennt es noch alle die triple nuklear von mir das war echt eine zeit die war einfach so nice und zwar echt die geilste zeit auf youtube die ganzen triple nuklears und keine ahnung was war einfach eine extrem geile zeit habt ihr auch am anfang gesehen meinen triple nuklear da diesen kleinen einschnitt und so auf jeden fall ganz nice so wo sind die gegner konnte drohne raus kommt zeitlich nice jetzt wollen die hinter mir wieder wetten guckt er war doch hier schon wieder da war doch gerade einer wusste denn wahrscheinlich oder ich gebe dir meinen freund dass noch einer irgendwo egal so die kommen wahrscheinlich jetzt hier rum die sind hier alle sind hier alter oh no da ist noch einer und da ist auch noch einer im boot orbi haben wir das schön wir haben obi geschafft also wenn man hier wenn man den orbi dann irgendwann mal erreicht hat er dann macht skyjack auch wieder so heftig bock oder besser gesagt hijack ist ja eigentlich immer noch die karte aber ihr wisst was ich mein weiß wir sind alle dahinten irgendwo zeigt euch alter wenn ich das überleben wie kann ich das denn überleben no way alter ich lebe einfach immer noch ich habe den nächsten obi klar gemacht nice jungs geht er ist auch da und so obi wieder raus dass einer man teammates macht doch mal eure klubsaugen auf wer wäre ich jetzt so dumm gestorben naja ehrlich das hat mich so abgefuckt weiß jura das macht so spaß okay die sind hier irgendwo doch nicht er wusste ja hier kommt aber einer jetzt nee die sind alle oben hier kommt die snacken uns jetzt es geht wo die was geht wo die er ist wahrscheinlich auch oben wie ich ihn kenne natürlich ist er oben der ist auch um 100 prozent der ist auch um ich sag's euch es ist so klar jungs ist es so klar okay kommt ich von hier unten mal nice nächster orbi der ist auch wieder oben lol was geht hier abnähe das wieder runter gesprungen aber es läuft richtig gut gerade es lief bisher noch nie so heftig bei mir auf hijackt das guy jack besser gesagt ich traue mich gar nicht oh no ich lebe noch ich lebe noch ich weiß nicht was ich tun soll die sind jetzt da hinten gespawnt kommt bewegt dich bewegt dich bewegt dich nice ok oh nein wo sind die gegner nein oh ich hatte nuklear ich hab's nicht mitbekommen nuklear geschafft alter nuklear auf skyjack komm wenn ich jetzt double mache ne oh mein gott alter holy shit nuklear gemacht 37 zu 2 oh mein gott die war so nice er spielt jungs holy shit jetzt hab ich orbi oh nein ich sterbe jetzt ey okay der ist oben komm wir versuchen die jetzt mal zu holen hier oh no way alter das wird kritisch ey okay der kommt hier wie die mir alle kills klauen die typen gnadenlos oh mein gott alter oh no hab ich ihm gegeben hab ich dem gegeben alter der kann so verkaufen gehen okay der ist nicht da so komm drohne konnte drohne raus hier kommt noch mal einer nice bei b nein der ist oben reingesprungen oder oh ich hab keine ahnung alter nice schön kommen drei kids noch alter drei kids noch der ist oben der ist oben oh da hab ich ihn schön skrupellos oh shit jungs was geht hier ab die kommen hier die kommen hier da ist noch einer irgendwo orbi orbi alter wenn ich jetzt double nuclear mache ne das wäre meine allererste double nuclear hier im spiel ehrlich jetzt da kommt noch einer sit down oh no way alter oh no way oh mein gott wonach gebe ich stirb einfach holy fuck ich bin so nervös gerade oh no oh no von der drohne oh no das wird was nein was macht der gegner da wir müssen ihn holen das muss nein das hätte michael nein nein die von den punkten her die punkte stehen so scheiße nein das hab ich auch kein orbi mehr nein nein das kann nicht wahr sein scheiße jungs es war so ein heftiges game play 32 3 auf sky jacks beziehungsweise hijack leider hat es nicht für die triple nuclear gereicht auch nicht für die double nuclear aber extrem nice gameplay leider viel zu früh verloren gewonnen meine ich das hätten wir noch eine double nuclear geschafft egal jungs wenn es euch gefallen lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da ich würde mich riesig für schreibt mir eure meinung zu der map in die kommentare checkt das letzte video zu splash aber auch richtig nice und dann würde ich noch sagen haut rein bis zum nächsten video live your time und ciao Outro